So, dritter Teil unserer kleinen Reise durch Kroatien. Was sagst du? Falsches Auto? Oh ja, so ist es richtig. Heute sind wir in Punat, unserem kleinsten Stützpunkt, gelegen auf der wunderschönen Insel Kirk. Ein ganz toller Hafen und den möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Fliegen Sie bis Rijeka, nutzen Sie unseren Shuttle-Service zum Yachthafen. Wenn Sie mit dem eigenen Pkw anreisen, Parkplätze sind genau beim Steg gegenüber. Hier ist unser Eincheck-Container, leider ohne großes Firmenschild. Schaut einfach nach den gelben First Class Sailing Flaggen. Unsere Yachten liegen am Steg C2, der Steg direkt vor dem Duschcontainer. Hallo, ich bin Ragan, ich mache Check-in auf Deutsch und ich mache es auf Englisch. Hallo, mein Name ist Emil, ich mache Check-in auf Deutsch und ich mache es auf Englisch. Nach dem Check-in gehen Sie ein wenig durch den Yachthafen. Es gibt einiges zu entdecken. Ich stehe hier nicht etwa auf einem Ableger des Museums of Modern Art, sondern ich stehe hier auf einem Klo. Will ich nicht sagen, es ist ein Sanitärgebäude. Das wohl schönste Sanitärgebäude, das ich je in einem Yachthafen gesehen habe. Auch Ihr Vierbeiner kann hier einen kleinen Wellnessurlaub machen. Vorbei am Pool bummeln wir weiter durch den Yachthafen zum Supermarkt. Hier gibt es ein recht gutes Sortiment. Perfekt einkaufen können Sie circa drei Kilometer entfernt von der Marina in einem riesigen Einkaufszentrum. Im Yachthafen gibt es ein sehr gutes Restaurant und eine tolle Pizzeria. Erwähnen Sie bei Bezahlen, dass Sie bei First Class Sailing gebucht haben. Dann bekommen Sie 10% Rabatt. Gehen Sie zu Fuß zum Ende des Yachthafens und dann noch 10 Minuten am Meer entlang. Sie kommen in die Altstadt von Punat. Ein sehr gemütlicher Ort mit vielen Kunovas, in denen Sie immer einen Platz finden. Happy Welcome in der Marina von Punat.